so Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine Performance ist heute richtig scheiße, weil ich halt Fensaufnahmen machen und sonst irgendwas. Ja, ich mache nach langer Zeit mal wieder ein OmeTV-Video und ja, man sieht schon eine Besonderheit an mir. Ich habe mehrere Kappen auf. Das Ding ist, warum? Also einfach, ich muss ja irgendwas auf OmeTV überzeugen, weil ansonsten wäre das Video, keine Ahnung. Und jetzt, ich will aber sagen, let's go. Servus. Digga, was machst du? Digga. Moin. Moin. Moin, was geht? Was geht ab, Alter? Nicht bei dir. Oh, auch. Nichts langweilig. Du bist ja richtiger der Partyhengst, hier. Ne, warum bin ich Partyhengst, Alter? Meine Hut. So einen Hut habe ich noch nie gesehen. Was? Das ist kein Hut, das sind Hüte. Das sind mehrere Kappen auf eingestapelt. Sieht doch geil aus, hier. Das ist die neue Lekas-Edition. Ja, natürlich. Ja, aber ist, 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 ist aber geklaut von den Chinesen, Alter. Ach, ohne dass man die Schlitzhaugen, das sind doch einfach alles, Alter. Oh, ho, 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 ho. Oh, ha, ha, ha. Ach, man muss, man muss doch die Wahrheit sagen, Mensch. Ja, Kanu. Von wo kommst du denn? Ja, Deutschland. Ja, von wo Deutschland? Ja, Deutschland, Deutschland. Deutschland, großes Land, so Kanu, irgendwo aus Deutschland. Schweiz, Österreich. Ha, ja, ha, ja, ich, also, also, ja, aus, aus, aus Deutschland, aus der Schweiz. Aus, 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 aus der Schweiz. Nein, 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 ich komme aus Deutschland, und, also, ich, und ich wohne auch in Deutschland. Also, ich, also, 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 ich bin in Deutschland geboren, und ich lebe auch in Deutschland, okay? Ja, und wo liebst du in Deutschland? In der Schweiz. Ja. Ja. In der Schweiz. In der Schweiz. Aber, in Deutschland, in der Schweiz. Ich glaube, ich glaube, du, ich glaube, du lügst. Lü, 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 ich bin doch nicht Drachen dort, Alter. Ja. Digga. Übrigens, weißt du warum? Warum? Weil, erstmal, die Schweizer, die reden ganz anders. Sag mal, ich, ich bin Schweizer, mit, hier, Schweizerland, Schweizerland. Schweizerland. Du kleiner Schwimmler, also, ich kenne dich. Danke, von der Tatsache. Ja, ja, Baden, Baden, Baden. Baden, Baden. Nein, nicht Baden, 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 einfach Baden. Ich komme aus Baden, Baden. Ne, echt? Ja. Hast du ne Krone auf dem Kopf? Du hast ne Krone auf dem Kopf, gell? Und du machst Twitch-Streams und du bist Knossi, Alter. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Machst du YouTube oder was? Ne, warum? Ich dachte so. Nein. Du siehst auch so wie so ein YouTuber. Warum sehe ich aus wie ein YouTuber? Deine Brille und den Vollbart. Wie alt bist du denn? 21. Wie alt denkst du bin ich? 30. Spaß, ne, keine Ahnung. Auch so 21. Irgendwas zwischen 15 und 30. Irgendwas dazwischen. Richtig, ich bin 15. Echt jetzt? Ja. Ja, sie steht, aber ne, von der Stimme her erwachsen. Von der Stimme her erwachsen, Alter. Digga. Sag dir, ich hatte den Ölsten, das stimmt. Ja, als ob. Schwö. Ja, okay, ich muss auch mal. Okay, warte, warte. Digga, fresh Brille am Start und so. Ja, man. Ja, freshe Brille und so. Ich hab hier was. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Haja, danke, Mann. Hau rein. Haja, natürlich. Warte, Manga. Warte, Manga. Ja, natürlich. Oh mein Gott, warum bin ich im Glan? Alter, dieses Gesicht. Haja, ich hab hier wegstuhl. Ah, servus, Mann. Ami, mir was geht. Servus, Ani, mir was geht. Servus, Ani, mir was geht. Servus, Ani, mir was geht. Servus, Ani. Also, falls halt eben durch YouTube stöbert und das findet. Ja, aber das Ding ist, ich hab mich halt ein bisschen so geändert, weil früher hätte ich direkt gesagt, ich bin YouTuber. Aber ganz ernst, das ist dann auch wiederum scheiße. Ja, weil, bin ich ganz offen? Danach kommt ihr die Hälfte und sagt dann, ich möchte nicht dabei sein. Klar, ist ja gut, ist recht, Daten schon und so. Aber trotzdem, weißt du, das habe ich ja sobald im letzten Video, weißt du, da hab ich die über die Hälfte rausgeschnitten. Ja, und jetzt mache ich hier fast eigentlich unsensiert. Also, außer, wenn jemand, naja, mehr zeigt, als er eigentlich sollte. Aber okay, weiter geht's. Was geht? Digga, der hat keinen Ton an. Okay, das war's. Verde. Geh nun. Sebe. Sebe, sebe. Sebe, sebe. 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 Geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. eine flagge was was ist das für eine flagge ja ich kenne ich kenne jede flagge auf der welt ja hier hinten ist das ist hier irgendwo europa habe ich habe ich schon mal gehört was geht bruder digger digger das ist auf youtube alter ja aber ich bin ehrenmann servus nein nein ich habe gerade oh nein digger leute ok erstmal der grad war echt nice habt ihr es gerade bemerkt habt ihr es gerade auch bemerkt ey also ich fasse mir jetzt wirklich gegen den kopf wisst ihr warum da war gerade mickey maus da war gerade mickey maus und ich hab den weg gespielt ok ne das wäre ja nicht mickey maus aber das wäre ja schon wahrscheinlich kennen da jetzt jemand mit so einer stimme digger weißt du hier das wäre so wie amyad wenn der amyad comedy dann macht er dann hier mit Donald Duck und da war gerade einer mit mickey maus und ich war so dumm weg gemacht okay nächste runde das ist gerade so eine gute runde heute hallo leute was geht ab machte so party machst du krasse party und so ne dann guck mal hey krank haja natürlich sicher das ist das neueste trend hier ja das habe ich hier schöne wand ich habe heute kaputt verstanden Ich habe mich erschrocken, Alter. Alter! Ich habe keine Methanol im Kopf, aber wenn ich mich nicht schraubte, dann würde ich wirklich schlau. Was? Alter, was? Alles gut. Alles gut. Was? Alles gut. Okay. Das ist die große Sende dazu, dass die ganze Welt sehen wollte. Mich in das Rüst. Das ist das große Ding. Ähm... Peinlich. Coole Beleuchtung im Hintergrund. Ey, Mann, das ist... ey, da hinten geile Beleuchtung, Mann. Wie darfst du einmal... Moin. Und weg. Ey, geile Tastatur, Mann. Hä? Geile Tastatur. Danke. Nice. Wie viel denkst du, was die kostet? Ein paar hundert... 500 oder so. Nein, nein, sag mal... Ernst? Ja, so 500 ungefähr. Nein, nein, weniger. Okay, äh... 100. Bisschen mehr. 200. Fast. Ähm... 190. 180. Boah. Und meine Maus, wie viel hat die gekostet? Ja, ich hab äh... Ich hab hier voll die billig Sachen. Guck mal, guck mal meine Maus. Warte. Billig. Billig ist besser. Ja. Wie denkst du, hat die Maus gekostet? Äh... Sag mal. So um die 80. Mehr. 100. Bisschen mehr noch. 110. 120. 120. 120. 120. 150. Der guckt grad. TikTok. Yeah, ja, ja. Er macht TikTok wie durch. Ja, 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 ja. Habe ich schon erkannt. C appelle. Ja, ja. Komm jetzt! Digga, geht's um den lecker? Ja, warum? Soll ich dir noch mal die Kette geben? Ah, lecker aus. Ja, natürlich. Ja, natürlich. ich immer immer her damit aber wollen steigt es besser wir haben auch gewonnen ja ich sag schon die ganze zeit aber ich eine maske nichts ein mensch der lecker zu schlafen dg alter hilfe nix gut äh moin du bist aber ziemlich am cap nein man nein man hallo mia hallo volker und digga was ich glaubte aber gleich ja der wachtlein einfach dadurch der wälder so wie ich hab leute begrüßen ist ein stream oha die leute wir machen noch eine runde dann mache ich dann machen wir schluss ich entscheide die runden ich könnte es auch jederzeit einmal durch und sagt man sieht nichts moin 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 ich grüß ich grüß meinen besten Freund Joe yo außer dein ich grüß die Müller-Misch ich grüß die Müller-Misch Alter natürlich oh scheiße ich merke mein Kappending fett nah so zusammen moin der Kappen kommt moin das ist wahrscheinlich nichts Typ Moin Moin Kappen bitte schon das sind ja mehrere ja und du trägst nur eine warum treib mir naaa mir reicht eine Kappe ja 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 warum trägst du drei oder vier hier wegen Omi TV einfach hm 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 was machst du Junge nichts mache ich das ist so das ist so Droge was die in Amerika geraucht haben früher ja WCP ich weiß was ist ne man ich wusste das manchmal was es ist aber ich ich weiß nicht mehr hier Fernbedienung oder hier ist äh Fernbedienung von 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 Okay, ich denke, mehr geht es heute nicht und sehe ich jetzt das Ding ab. Und würde mal sagen, naja, das war's wieder mit dem Video, bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben, dann lasst ein Like da und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen und schreibt doch in die Kommentare, was ich so als nächstes machen soll, weil ich, weil ja, ich brauche auch ein paar Ideen für OMIT TV, damit ich doch tatsächlich weitermachen kann, weil einfach nur da direkt drauf los. Geht einfach nicht. Ich muss ja irgendwas machen in OMIT TV, weil es ansonsten so ist, dass es einfach nicht so läuft. Ja. Aber auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.